ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Dorf-Folge hier auf diesem Kanal in der letzten Folge habe ich ein bisschen aufgeklärt was so mit meinem PC passiert ist und heute ja wollen wir ein bisschen produktiv sein sagen wir mal so beziehungsweise erst in der nächsten Folge oder übernächsten wenn ich und Patrick mal die Zeit haben mal wieder aufzunehmen das ist ja mal wieder Zeit mein PC ist immer noch ein bisschen ungewohnt hier so erstmal flüssig zu haben mit 60 FPS dann natürlich bitte noch mehr ich hab glaube ich 120 FPS oder so das ist natürlich sehr sehr schön und angenehm von daher gefällt mir das auf jeden Fall so und heute will ich mal ein paar Lampen einbauen weil naja der zieht hier nicht so schön aus mit den Fackeln deshalb machen wir ein los sonst ich will mal sehen was Patrick gemacht hat das habe ich gar nicht geguckt weil ich habe ja seine letzten Folgen nicht wirklich gesehen und okay das ist ein Zombie-Pigman den greife ich lieber nicht an das wäre nicht so gut ich will mal sehen was er so gemacht hat dann zeige ich es euch mal ich hänge hoch oben und werde nie abgestoppt oh schon morgen sieht auf jeden Fall sehr sehr nice also da oben gemacht ja Lampen hat er auch eingebaut also er hat auch Glowstone fleißig gefarmt was in den Kisten drin ist das würde ich gar nicht sehen ich denke soweit ich das weiß war es ja nur Deko von daher naja who cares guck mal hier tust nicht Harry jawohl hier ist ein schöner Lagerbereich ja also alles so wie immer schick 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 Patrick okay ich wollte schon sagen hier ist irgendwie ein Creeper oder so also wir können ja auch bald hier Laternen einbauen das können wir auf jeden Fall machen und ja der Baum sieht schön aus ja haben wir mal schön neuen Baum integriert wollte kein würde gerne hier zehntausende Bäume hierhin pflanzen das ist das macht er gerne das macht er gerne so vielleicht so dann machen wir die Fackeln mal weg mal gucken wie das hilft dann machen wir hier so vielleicht so um den Dreh kann das sein ich probiere mal ein bisschen rum also wir werden noch mal nachts sehen wird ja bald dunkel und ich habe mein Handy in der Nähe das ist eigentlich nicht so praktisch ich tue mal ein bisschen weg oh Mann ey geht ja schon gut los hier so dann machen wir natürlich über dem Esstisch bitte also ja Moment mal nee das ist nicht so richtig machen wir lieber so zack 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 und dann haben wir auch hier ein bisschen Licht ein bisschen Beleuchtung hier ein bisschen am Eingang muss natürlich Licht sein weil wenn man hier reinkommt dann will man auch bestrahlt werden ähm ja soll ich hier eine kleine Laterne einbauen das kann man ja nicht machen ne sowas sieht auch schick aus so ist jetzt auch schon dunkel ne ja gut dann machen wir die ganzen Fackeln mal weg und ja es sieht schon sieht schon besser aus sieht schön halt aus keine Fackeln und hier gefällt mir auf jeden Fall gefällt mir so dann machen wir nee machen wir hier oh okay hier habe ich keine Decke eingebaut anscheinend dann machen wir einfach so an der Seite einfach ein bisschen was das sieht ja auch nicht schlecht aus finde ich weil hier einfach die Fackeln auf dem Boden naja das mag ich nicht so ganz so okay hm 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 das Gute ist wenn die Fackeln hier oben werden die auch hier also wenn die Fackeln hier sind dann werden die auch von oben beleuchtet das ist auch sehr praktisch so und dann gehen wir mal runter und dann machen wir da weiter mit der Fackelrei so ich denke mal hier wäre es ganz angebracht und vielleicht hier so Moment zweier Abstand zweier Abstand dann machen wir einfach hier ein jo so dann machen wir hier alles weg dann sind die Fackeln hier unnötig hm sieht nicht oder warte mal sollen wir es symmetrisch machen ich habe ja sehr viele davon von daher kann man das ruhig ein bisschen ein bisschen verschwenderisch sein in dem Dreh und da machen wir es vielleicht mal so und dann so und dann so oh ne so nicht so und dann 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 sieht ja auch edel aus nein das sieht nicht edel aus das sieht schon eher edel aus so dann machen wir hier zu haben wir hier ein bisschen mehr Beleuchtung hier am Start so machen wir hier auch nochmal zu dann hier eine Lücke machen wir die ganzen Lücken hier mal hm ich weiß ja nicht wie es für euch aussieht können wir gerne eure Meinung in die ne nicht in die sondern in die Kommentare schreiben natürlich so ok dann hier eins dort eins dort eins und dort eins und dann ach man ey ich tu das lieber weg weil dann das baue ich damit ab und dann verspende ich ein bisschen und das wäre natürlich nicht so gut bei der aber ich glaube wir müssen noch ein bisschen nachholen gehen also ein bisschen holen gehen müssen wir schon unten denke ich mal reicht das also da ist die Beleuchtung genüge oder gucken wir mal ganz kurz machen wir die Fackel auch mal weg und dann machen wir einfach hier so bei der Zwischenbeleuchtung vielleicht mache ich auch so ein paar Slaps hin also so ok essen sollte ich auch mal ein bisschen ein paar Brötchen leckere Brötchen kann man auch mal essen so die Fackel kommt auch weg so ja sieht schon mal schöner aus finde ich mit Fackeln und alle also ohne Fackeln und so das sieht natürlich sehr sehr nice aus so haben wir das auch mal erledigt ich gucke mal ob ich noch Closedone habe sonst gehe ich nochmal nähter ein bisschen farben äh Closedone wow machen wir auch viele hier naja dann gehen wir kurz dann gehen wir kurz zum Nähter spazieren hoffen wir dass da kein Unglück passiert da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr vielleicht hat da Patrick auch was gemacht das weiß ich nicht ganz genau Light IP hab ich das überhaupt hä dann hab ich das aufgemacht keine Ahnung so und Bogenschuss ins Herz wir brennen da ein Zombie alles klar wir brennen weiter und hier haben wir es noch ah hier fehlt noch ein Regal ok hätte auch Patrick machen können der hat ja noch irgendwie ein Regal lieber gehabt naja ok gehen wir rein wir sind hier auch komplett ausgerüstet ein Federfallschuh das ist oder da hatten wir noch ne ja wir haben Fädelfall Fädelfall genau wir haben Fädelfallschuhe Leute wir haben Fädelfallschuhe yay ne natürlich Federfallschuhe ganz klar so dann gehen wir mal gucken ach ich kann mich noch hier gut erinnern wo ich und Patrick hier uns einiges riskiert haben hier unser Leben eigentlich das war schon sehr sehr lustig äh hat auch Spaß gemacht an sich auch das zu schneiden muss ich zugeben das war sehr sehr cool ja ich freue mich schon bald wieder auf die Aufnahme mit dem guten Herrn Megaman der wird ja Megaman nicht abgehen haha ah ich mit meinen Witzen wieder so schlecht wie eh und je mhm oh je ist aber ganz schön viel ganz schön viel Quarz aber gegen Quarz gegen Quarz ne wegen Quarz bin ich nicht hier so hier muss ich aufpassen weil äh, nicht, dass hier irgendwas ist und dann, zck, bin ich tot, oder, okay, ich wollte schon sagen Creeper, aber hier kommen ja keine Creeper, also, Nita ist, glaube ich, der einzigste Ort, wo keine Creeper spawnen, natürlich gibt es bestimmt wieder Mods und so, wo Creeper spawnen können, aber, das werde ich, denke ich mal, nicht einbauen, also, ne, um Gottes will nicht, warum auch, das macht überhaupt keinen Sinn, so, da machen wir mal ganz schön viel, na, so, ganz schön viel Closed on up, so, das würde uns natürlich wieder ein bisschen helfen, ich hoffe, das verbrennt nicht, bitte nicht, okay, ein bisschen wird schon verbrannt sein, da sind wir schon schnell ein, und, okay, sammeln wir ein bisschen auf hier, oh, hier ist noch ein bisschen mehr Closed on, aber ich guck noch mal, ob ich den Rest noch kriege, wie viel haben wir, 33, das sieht schon mal besser aus, ähm, ja, ich gehe mal hier mal gucken, ist ja Lava drum, ne, das ist sehr gut, ich mach das mal hier ein bisschen, na wohl, ne, hier, hier geht das noch, ich müsste zu dumm sein und einfach in die Lava fliegen, und, ja, wenn ich da runterfalle, dann bin ich tot, also, da habe ich keine Chance und das riskieren wir überhaupt nicht, also, ich könnte vielleicht irgendeinen geilen MLG-Sprung machen, wo ich irgendwie richtig geil lande und dann mir nichts passiert, aber, Leute, das macht lieber der Patrick, das kann der besser, das kann er deutlich besser, vielleicht kann er es auch nicht gut, aber er kann es besser als ich, so, und, oh je, hier haben wir noch genug, also jetzt, spätestens jetzt haben wir genug, da hat sich die Tour mal gelohnt, ja, da hat sich die Tour auf jeden Fall gelohnt, wir werden wieder genügend haben, können auch wieder ein bisschen verschwenderisch sein, das ist das Schöne an der Behutsamen Katsacke, da kannst du nicht nur, ähm, ja, einfach nur Eisenherz abbauen, dann kannst du einfach auch, keine Ahnung, irgendwie sowas abbauen, du kannst sogar Eis damit abbauen, du kannst MLG, ne, ich kann es nicht, so, ich mach noch ein kleines Symbol für Patrick, so, vielleicht weiß er dann, dass ich hier war, so, ich esse mal ganz schnell, weil hier in der Hölle soll ich lieber essen, so, gutes Zitat, wie Pointe, 2015, gut, ähm, ja, rennen wir mal wieder zurück zum Ursprungsort, hier ist auch noch Glowstone, da ist auch noch Glowstone, also hier ist noch ein bisschen Glowstone da, ja, über den Stack, das reicht locker, und jetzt, sollte ich mal ein bisschen aufpassen, ja, ein bisschen sollte ich schon aufpassen, auf gar keinen Fall die Leute angreifen, ne, Patrick, das kennen wir ja schon, und was macht einen Huhn, hier, ja, ich kommentiere es lieber nicht, alter, der Nähter, okay, jetzt sind wir sicher, alter, der Nähter, der macht mir immer wieder Angst, Gott, oh Gott, oh Gott, da kannst du so leicht runterfallen, oder willst du irgendwie ein Gast kommt dir und schießt dich ab, ich hoffe, ich sehe jetzt keinen Gast, weil hier kommt der immer, also hier kam der meistens, aber jetzt lässt er mich in Ruhe, ist auch gut so, bin ich zufrieden, und ja, wir machen dann weiter unsere Arbeit, ist auch schon wieder ein schöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel switchern, der Turm steht schön, was soll ich da noch sagen, ich beschwere mich einfach nicht, so, dann machen wir mal weiter hier mit der Clownstone Dacharbeit, so, so, dann machen wir hier weiter, so, zack, und zack, und zack, und zack, müsste auch so hinkommen, jawohl, das kommt natürlich hin, das habe ich natürlich perfekt ausgerechnet, so, dann hier noch, und dann hier noch, und hier noch, dann da noch, dann da noch, dann da noch, ist also schon wieder so ein schönes Raster, was ich eigentlich sehr gerne mag, muss ich offen zugeben, ich mag solche Raster, also solche Rasterformen, das catcht mich schon ein bisschen, kann man so sagen, so, hier weg, hier weg, weg, nee, da nicht weg, hier weg, und dann da weg, und da weg, so, drüber, so, 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 so viel haben wir eigentlich nicht gebraucht, aber, who cares, who cares, so, gucken wir mal ganz kurz, ja, jetzt können wir es auf jeden Fall abmachen, also, wenn hier nicht überall beleuchtet ist, dann weiß ich auch nicht mehr, also hier ist ja so gut beleuchtet, das ist ein wahrer Luxus, ein wahrer Luxus, kann man sagen, ich will mal aussehen, wie es oben aussieht, das sieht auch bestimmt sehr gut aus, jo, schön beleuchtet, ich teste es mal ganz kurz in der Nacht, Time Set Night, testen wir mal ganz kurz, sonst hätte ich einen Schnelldurchlauf gemacht, das hätte weniger Sinn gemacht, ja, hier ist auf jeden Fall alles beleuchtet, sehr schön, hier auch, ja, ich würde sagen, ja, genau, alles schön beleuchtet, machen wir hier auch als Eingang hier ein bisschen Licht rein, dann sieht das schön aus, machen wir hier nochmal, so, zack, jawohl, Moment, hm, irgendwie, warte mal, ich probiere mal was aus, und zwar mit Falltüren, äh, ne, so nicht, sondern, das ging so, oder, ja, bräuchte ich ein bisschen mehr Holz, aber ich will jetzt erstmal aus, dass es wie das aussieht, so, ja, das sieht schon, das kann man so lassen, schon mal ein bisschen mehr Holz, äh, aber wenn wir nur das Holz, ne, naja, ist egal, dann nutzen wir das Holz halt, schadet ja auch nicht, würde ich mal sagen, so, na gut, sechs Stück, das wird nicht langen, Moment, ist mal weg, so, so sieht's schön aus, dann so, ja, das sieht noch was aus, sehr schön, so, die Treppenbau, wie viel brauch ich noch, zwei, ähm, zwei, sechs Stück brauch ich noch, mhm, ich gehe jetzt mal kurz Ben, was ich eigentlich gar nicht gemeldet hätte müssen, aber, naja, sehr bewusst, so, oh, ich sehe schon einen Schaft, das können wir theoretisch scheren, oh, komm mal auf, Tatsächlich. So. Hm, hm hm. Was machen die hier? Okay, mehr werden sie nicht. Dann machen wir hier mal ein bisschen die kleine Vermehrung. So. Dann haben die die schon mal vermehrt. Dann kann ich die Wolle mitnehmen. Warte. Schmeiß das Leder ganz kurz weg. Ja, ich weiß. Leder wegschmeißen sollte ich nicht. Da mal Leder gut gebrauchen kann. Aber naja. Wir haben ja Kühe. Wir haben gar keine Kühe mehr. Toll. Sind Patricks Kühe eigentlich noch da? Das will ich mal wissen. Das interessiert mich mal. Sind seine Kühe überhaupt noch da? Oh, das waren schon mal mehr. Das waren auf jeden Fall schon mal mehr. So. Ich fütter dann ganz kurz die Tiere nochmal schnell. Das können wir nochmal ganz schnell machen. So. Zack. Ja. Ganzes Feld brauchen wir nicht. Da habe ich nicht den Hungernot. Da haben es andere eher nötiger. Vielleicht. Hier in Minecraft. So. So. Ajo. So. Hm 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 hm. So. Toll. Spuren bringen auch nichts. Na gut. Müllhammer. Ja ist das. So. 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 Da haben wir schon einiges an Wolle gegeben. Gut. Dann machen wir hier das. Die Methode. Und zwar das. Und das. Hallo. So. Ja. Dankeschön. So. Gut. Wir haben ein bisschen weiße Wolle noch gefarmt. Das ist auch sehr schön. So. Dann hier. So. Gut. Jawoll. Sehr schön. Dann können wir aus den Resten noch Brote machen. Für uns. Das ist auch noch sehr schön. Ja. Genau. Ich wollte Holz holen gehen. Das war mein Ziel. Ja. Äh. Gut. Machen wir halt so. Und dann hast du mir diesen Dildo Blum. Dildo Blum da stehen. Wie Voldo kann es ja gerne sagt. Ja. Wir haben Platz gehabt. Gut. So. Wir brauchen sechs Stück. Ich hoffe das reicht. So. Machen wir die zwei. 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 Und. So. Müsste an sich reichen. So. Zack. Was ist wenn ich. Geht ja gar nicht. Oh Mann ey. So. Und. Jawoll. Dann haben wir das auch hingekriegt. Das sieht schon mal schön aus. Hier die Einrichtung. Hier ein bisschen Lowstone. Beleuchtung. Und ich würde mal sagen. Wir machen mal die Sortierung jetzt mal. Das natürlich wie gewohnt. Im Schnelldurchlauf. So. Haben wir die Sortierung vollendet. Ich würde mal sagen. Wir machen uns noch ein schönes Brötchen. Brötchen. Jo. Würde ich mal sagen. Zack. So. Dann tun wir das auch noch mal rein. Dann haben wir noch schön. Schönes Nutella Brötchen. Ah. Die Berutsamen Karzakke tun wir noch rein. Haben wir noch vergessen. Das machen wir auch noch ganz schnell. Aber ganz schnell. Jawoll. Die Berutsamen Karzakke ist auch drin. Sehr schön. Dann nehmen wir mal so. So. Und. Jo. Kann man so machen. Und ich habe noch 6 Pfeile. Ja gut. Ich habe auch viele verschossen. Kann man so sagen. Und ich würde mal sagen. Beende ich diese Folge für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann würde ich sagen. Ciao.